Für einen Geldwechsel tippen Sie bitte auf Bargeldeinzahlung Geldwechsel und wählen Sie dann Geldwechsel. Das Geld kann nun eingelegt werden. Bestätigen Sie dies mit Weiter. Zunächst wählen Sie die Geldscheine aus, die Sie erhalten möchten. Dann bestätigen Sie die vorgeschlagene Stückelung oder ändern diese noch einmal ab. Diese Auswahl bestätigen Sie mit der grünen Taste auf dem Bedienfeld oder auf der PIN-Tastatur. Zum Abschluss entnehmen Sie Ihre Karte und das gewechselte Geld.